Wir suchen einen Videografen oder einen Mediengestalter oder jemanden, der sich mit dem Thema Video oder Videoschnittschirm wirklich intensiv beschäftigt hat. Für eines der größten YouTube-Studios. Denn wir bauen hier die größte YouTube-Werkstatt auf 2000 Quadratmeter, die es in Deutschland gibt. Und wir sind Helden der Werkstatt. Wir suchen dich hier in Magdeburg als Vollzeitstelle. Und wenn du Spaß bei der Arbeit suchst, viel Kreativität mitbringst und dich voll entfalten willst, dann bist du hier genau richtig. Und hier kannst du dich komplett ausleben. Du kannst das Thema Kamera, Licht, Ton komplett bestimmen, so wie du es hier denkst, so wie du es dir vorstellst in so einem Studio. Und kannst dich aber auch erst mal reinarbeiten. Wir erwarten nicht, dass du alles perfekt kannst, sondern wir erwarten von dir, dass du richtig Lust drauf hast und dich das Thema so richtig rein nerdest. Und das Ganze bauen wir nicht nur in einem Studio, sondern 1, 2, 3, 4, sogar bis zu 5 Studios bauen wir hier ein Haus im Haus und so weiter und so fort. Das Ganze machen wir mindestens für Helden der Werkstatt und für GoToolsTV. Beide Kanäle verlinke ich dir mal hier oben. Und ich sage dir, hier geht richtig der Punk ab. Du hast diesen Beruf weder studiert noch gelernt. Kannst ihn aber, weil du dich selbst mal aus purer Neugier da reingenerdet hast, gar kein Problem. Auch solche Leute nehmen wir sehr gerne. Das sind meistens auch die besten Cutter und die besten Videografen, die einfach gesagt haben, das ist meine Professur, da will ich rein. Und wenn du sagst, ja, du hast voll Lust darauf, dann bewirb dich jetzt bei uns auf www.heldinderwerkstatt.de. Ich werde das Ganze hier auch nochmal einblenden und unten in der Videobeschreibung findest du das Ganze auch. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nicht länger zur Wahl. Genau und jetzt sage ich nur noch, werde der Videoheld in unserer Werkstatt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.